Hallo und willkommen bei Schadbach Tarot. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Fische für den Monat August 2022. Ich habe dafür diese zwei Tarotex bereitgelegt und möchte schauen, wie es den Fischegeborenen im Monat August so gehen könnte. Was da so ansteht, welches Thema im Fokus steht. Ich lege links für die Fische und rechts für das Gegenüber. Das Gegenüber kann hier den Partner darstellen, den Potenziellen, den Wunschpartner, die Familie, den Freundeskreis oder das Arbeitsumfeld. Die Rollen können auch vertauscht sein. Sollten Personenkarten auftauchen, wie Könige, Königinnen, Pagen, Ritter, also hier aus den Karten, kann für beide Geschlechter stehen. Ich erwähne das nicht zusätzlich. Ja, und denkt bitte immer daran, es ist eine allgemeine Legung an das Kollektiv gerichtet. Es kann und wird sich hier nicht jeder Einzelne wiederfinden. Wenn ihr das Gefühl bekommen solltet, nein, das ist hier gar nicht mein Thema, so fühle ich mich gar nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht eure Legung. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich die Videos zum Mond-Venus-Astenentenzeichen anzuschauen. Je nachdem, wie eure Planeten in eurem persönlichen Horoskop verteilt sind, kann es da besser passen oder als Ergänzung dienen. So, jetzt starte ich mal. Eine Karte für Sternzeichen. Fische für den Monat August. Ah, zwei wollten kommen. So, zwei der Münzen und die Königin der Stäbe. So, ich lege mit dem anderen Deck weitere Karten dazu. König der Kälte. König der Kälte. Page der Schwerter. Und die Liebenden. Ja, was haben wir hier? Also erstmal zwei der Münzen. Da geht es um Entscheidungen. Es geht darum, wie es weitergeht, vielleicht auch Prioritäten setzen. Bei den Münzen geht es immer um Langfristigkeit, ja. Entweder geht es hier um Pläne, Ideen, Projekte, die für die Zukunft aufgestellt werden möchten. Oder es geht hier um ein Thema, was schon lange hin und her gewälzt wird. Ja. Soll ich, soll ich nicht? Was machen wir damit? Ja, hier haben wir die Königin der Stäbe. Das ist sehr starke Feuerkraft. Von innen quasi angetrieben durch ein gewisses Feuer. Sehr optimistisch ist hier jemand unterwegs oder möchte einfach mal vorwärts gehen. Vielleicht auch diesen Zustand mit diesen zwei Münzen endlich aufheben, ja. Weil die Königin der Stäbe, die ist schon an Resultaten interessiert, ja. Die will nicht so Ewigkeiten hier hin und her eiern oder abwägen oder vielleicht auch zweite Geige spielen. Nein, die Königin der Stäbe, die will schnelle Ergebnisse, die will Erfolge und auch Entscheidungen treffen, ja. Hier mit den Liebenden. Das ist auch so eine Entscheidungskarte mit großen Konsequenzen verbunden in der Regel. Dann haben wir hier den König der Kelche. Das ist im Prinzip eure Energie. Ja, Entscheidungen, die aber auch vom Herzen getätigt werden müssen. Also wo das Herz auch Ja sagt. Das ist hier wichtig. Dann haben wir hier diesen Ritter, Quatsch, Page, der Schwerter. Ja, inwieweit er hier eine Rolle spielt. Könnte für irgendwelche Informationen stehen, die hier noch erforderlich sind. Irgendeine Kommunikation. Oder man braucht noch Informationen, um hier zu einer gewissen Entscheidung zu kommen. Also ich lege erstmal weiter und dann schaue ich mal, wie sich das Bild so erschließt. So, ich lege jetzt mal hier links für die Fische, um zu schauen, in welchem Modus befindet sich nun Fische. Also wie steht denn Fische nun zu dieser Angelegenheit, zu diesem Thema? Acht der Kelche. Acht der Wagen. Königin der Münzen. Schon die dritte Königskarte hier, okay. Oh, und nochmal acht der Kelche. So, liebe Fische. Also auf eurer Seite der König der Kelche und hier auch die Königin der Münzen. Also, ja, vielleicht ist es bei den meisten ein Thema, wo es nicht nur eins zu eins um zwei Menschen geht. Vielleicht sind hier Entscheidungen von Nöten, wo es um mehr geht, als um eine Beziehung, um eine Verbindung. Also, wie gesagt, mit diesen zwei Münzen, jemand eiert da rum oder es ist ein Thema, was schon länger hin und her abgewogen wird. Und du, lieber Fisch, sagst jetzt, okay, ich fälle jetzt für mich die Entscheidung und ich springe ab. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ja, es könnte auch ein gemeinsames partnerschaftliches Thema sein, wo zum Beispiel schon länger die Frage im Raum steht, kaufen wir uns ein gemeinsames Haus oder gründen wir eine Familie? Und man hat da länger hin und her überlegt, ob das umsetzbar ist, ob man das möchte, ob beide das möchten. Und hier ist so ein Punkt, wo Fische sagt, okay, ich entscheide mich lieber dagegen. Egal, was du jetzt möchtest, ich sage, nee, ich bin raus aus dem Spiel. Also, für mich ist das nicht mehr interessant, für mich ist es nicht mehr ein Thema, was mich berührt. Ja, ich lasse davon ab. Wir haben hier zweimal acht der Kelche, das ist so diese Abschiedskarte, ja. Auf der emotionalen Ebene verabschiedet man sich von einer bestimmten Idee oder vielleicht auch von einem bestimmten Menschen. Also, irgendwas möchte man hier nicht mehr, das erfüllt einen nicht. Ja, hier als Königin der Münzen, da will man lieber auf Nummer sicher gehen. Hier haben wir den Wagen, so dieses, so ich mache jetzt den ersten Schritt und sage, okay, dann lieber nicht. Ja, damit auch vielleicht dieses Rumhadern, damit das endlich weg ist, weil das ist auch eine unangenehme Situation, wenn immer irgendwas im Raum steht und man täglich drüber grübelt und sich berät. Ja, was machen wir nun damit? Meistens, wenn man zu lange hin und her schwankt, dann sagt schon die Intuition, nee, das ist es nicht. Das kann hier nur eine Banalität sein, zum Beispiel, ob man da sich eine neue Couch kauft oder neuen Kamin anbaut oder ob man dieses Jahr nochmal einen Urlaub macht, so war es halt. Das kann auch eine Banalität sein. Aber Fische sagt hier, nee, ich will das nicht. Ich habe mich entschlossen, ich möchte nicht. So, ich schaue jetzt mal hier auf die andere Seite, was macht hier das Gegenüber. Zehn der Stäbe. Mäßigkeit. Der Eremit. Der Eremit. Und der Herrscher. Also, liebe Fische, ihr habt das hier mit einem Herrscher zu tun. Das ist ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle hat. Ein Mensch, der es schätzt, wenn man auch seinen, ihren Worten folgt. Ja, das ist auch jemand, der gerne Verantwortung an sich reißt, ja. Und vielleicht hat ja auch dieser Herrscher zuletzt sich sehr engagiert und bemüht, hier in Bezug auf diese zwei Münzen, ja, zu einer Entscheidung durchzukommen. Oder vielleicht hat dieser Mensch auch versucht, euch, liebe Fische, da eine bestimmte Richtung zu motivieren, ja, war für eine Idee sehr begeistert. Und, ja, mittlerweile aber, glaube ich, gibt dieser Mensch auf. Ja, hier mit Zehn der Stäben. Das ist dieser Herrscher, der ist mittlerweile auch an so einem Punkt angekommen, wo er sie sagt, ist mir zu viel, ist mir zu anstrengend. Ich will da nicht weitermachen, will da nicht weiter bohren, will da nicht weiter Initiative reinstecken. Vielleicht soll das nicht sein, es ist mir einfach zu anstrengend, ja. Hier auch mit dem Eremiten und mit der Mäßigkeit ein sehr starker Realitätssinn. Ja, hier ist der Fokus wirklich auf, ja, auf ganz realistische Ziele. Was ist hier wirklich machbar und was taugt hier gar nichts, ja. Und hier auch mit der Mäßigkeit in Bezug auf diese Zehn Stäbe braucht dieser Mensch auch momentan ein bisschen Ruhe, denke ich mal. Ja, hier ist noch dieser Page der Schwerter. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Hier könnte jemand als Unruhestifter mittendrin so dazwischen funken und immer wieder irgendwelche Ratschläge geben oder diverse Ideen einpflanzen, was euch hier auch durcheinander bringt, ja. Mit diesen zwei Münzen, ja, da flüstert einer immer irgendwelche Ideen ins Ohr oder will sich irgendwo einmischen und, ja, hat aber für mich jetzt keine große Bedeutung hier. in dem Blatt. Ich schau mal, wie das hier so weiterlaufen könnte. Ich schau mal, wie das hier so weiterlaufen könnte. Ich schau mal, wie das hier so weiterlaufen könnte. ich schau mal, wie das hier so weiterlaufen könnte. Drei der Stäbe, der Stern, der Stern. Sechster Munzen, Fünfter Stäbe, König der Stäbe, Sechster Stäbe, oh, ganz viele Stäbe in der Zukunft hier, und Vier der Schwerter. So, meine Lieben, ich habe jetzt zum Schluss alle Karten herangeholt, für die, die mitlesen möchten. Ja, wie geht es jetzt hier weiter? Also, wir gehen wieder sehr stark in diese Stäbe rein, in diesen Aktionismus. Könnte hier auch ein sexuales Thema sein, durchaus. Ich schließe nicht aus, dass hier auch mehrere Parteien involviert sein könnten, weil wir haben hier doch recht viele Personenkarten. Hier haben wir drei der Stäbe und diesen König der Stäbe. Hier oben haben wir auch diese Königin. In der Zukunft kommt da wieder so eine feurige Energie auf euch zu, liebe Fische. Jemand rauscht hier in diesem Modus vom König der Stäbe. Ich will aber unbedingt das und das. Also, jemand penetriert euch quasi mit dieser ganzen Feuerkraft. Jemand möchte hier auf Biegen und Brechen irgendwelche Pläne durchsetzen. Ja, als ob hier diesen Menschen irgendwas, als ob da so einen Fanatismus sehe ich da teilweise. Hier auch mit Sex der Stäbe, die wollen hier auch Biegen und Brechen euch überzeugen, liebe Fische. Hier könnte es auch wirklich um Körperliches gehen, dass jemand euch erobern möchte, ins Bett bekommen möchte, sowas, ja. Also, sehr viel Feuer, sehr viel Leidenschaft ist hier. Und ich denke, das Ziel ist, dass die euch irgendwie überzeugen wollen. Du, lieber Fisch, bist hier mit dem Stern total klar mit deiner Entscheidung. Also, du ruderst da nicht mehr zurück. Ganz im Gegenteil, wenn es sein muss, hier mit fünf der Stäbe, zeigst du Widerstand. Kannst du auch die Zähne zeigen, wenn dir das zu bunt wird. Und hier mit diesen sechs Münzen, hier unter dieser Königin der Münzen, du sagst, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du guckst hier, was wirklich vernünftig ist, was Sicherheit vermittelt, was realistisch machbar ist. Also, ich glaube, wenn dich jemand von der Seite so mit diesen ganzen Stäben versucht zu begeistern. Vielleicht hast du ja auch einen Partner, der immer wieder irgendwelche komischen Ideen ausbrötet. Vielleicht auch Sachen, wo du sagst, nee, das können wir uns gar nicht leisten. Das ist zu viel Risiko jetzt. Da kommt immer wieder jemand mit diffusen Ideen und du sagst als Fisch, nee, guck mal, also wir müssen das Geld sparen, weil wir haben noch dies und das vor. Oder wir haben dafür jetzt gerade kein Geld. Oder wir haben keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür. Also, du blockst hier jemanden regelrecht und zwingst jemanden zu Vernunft, ja, zu einkehren. Du sagst, nee, das ist hier unvernünftig. Du siehst das auch alles viel klarer hier mit dem Stern, ja, was hier von der Seite so fabriziert wird. Ja, hier haben wir dann vier der Schwerter noch zum Schluss. Es könnte sein, dass sich hier der König der Stäbe, wenn er mit seinen Ideen, mit seinen Vorhaben nicht vorwärtskommt, irgendwann auch beleidigt, dann zurückzieht, ja. Weil hier so ein König der Stäbe, das ist diese Feuerenergie, die wollen natürlich auch jemanden mitreißen. Und wenn da immer wieder so eine Bremse kommt, kann der König der Stäbe auch im Stolz gekränkt sein und sich dann hier zurückziehen. Ja, ja, ich finde das hier, also ich glaube, du, lieber Fisch, bist hier sehr gut aufgestellt. Du siehst das Ganze sehr realistisch und du hörst hier auch wirklich auf dein Herz. Und wenn dein Herz sagt, nee, das gefällt mir nicht, da fühle ich mich nicht aufgehoben, da fühle ich mich nicht wohl, dann ist das auch berechtigt, ja, das ist alles okay. Okay, wie gesagt, könnte sein, dass hier zumindest in den Zukunftskarten wieder jemand versucht, dich da in eine gewisse Richtung zu drücken. Und die Feuerkraft, die ist nicht ohne, ja, weil der Fisch, der tendiert dann dazu, sich zurückzuziehen eigentlich, wenn das dann, der Fisch lässt sich auch leider sehr schnell beeinflussen, gerade mit solchen Feuerstäben. Ja, weil der Fisch ist einfach zu sanft und auch zu gutmütig, ja, als dass er jemanden vor den Latz knallt und beleidigt oder jemanden direkt ins Gesicht sagt, nee, ist nicht mein Ding, lass mich in Ruhe damit, ja. Ja, der Fisch versucht dann so immer davon zu schwimmen. Ja, na gut, schauen wir mal, wie es nächsten Monat so weiterläuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren August, genießt noch die letzten sommerlichen warmen Wochen, ja, macht's gut, tschüss.